Hallo, ich bin die Julia. Ich bin seit vier Jahren Physiotherapeutin, habe dual zur Arbeit Physiotherapie auch studiert und was ganz ganz wichtig war oder was ich auch heute ganz stark umsetze ist die Kommunikation zum Patienten bedeutet wirklich Aufklärung, Demonstration, was mir auch sehr sehr geholfen hat und ja, mich den tagtäglichen Arbeitsablauf wirklich begleitet. Ja, sehr regelmäßig sogar, wir haben regelmäßig Teammeetings, wo wir alle beisammensitzen und dann natürlich verschiedene Fälle, sowohl besondere als auch alltägliche besprechen und dementsprechend tauschen wir uns da regelmäßig aus, Fachwissen natürlich und Erfahrungen auch, die jeder zu dem Thema auch schon ja in seinem Leben oder in seiner Arbeitskarriere genommen hat. Was aber auch hinzu kommt, ist, dass wir sehr viel dokumentieren und dementsprechend, falls es mal im Alltag zu kurz kommt, können wir da wirklich immer wieder schauen, okay, was hat denn der Kollege gemacht, wie ist er vorgegangen und dann können wir da auch direkt mit ansetzen. Wir gehen ganz spezifisch auf die Patienten ein, bedeutet, wir holen die da ab, wo sie sich gerade befinden, das bedeutet auch, wo steht der Patient, was ist das Problem, wie sieht der Alltag überhaupt erstmal aus und wie können wir jetzt das komplett integrieren in diese Therapie. Das bedeutet halt, dass wir wirklich häufig wie ein Coach eigentlich agieren und den Weg weisen, sage ich jetzt mal wirklich und zeigen, was kannst du jetzt wirklich dafür tun, woran musst du arbeiten und wie kann man diese Ursache wirklich bekämpfen und dementsprechend gehen wir da sehr, sehr individuell vor.